Blick über die Hofburg und die Dächer Wiens. Gäste bei einer Veranstaltung. Ein Mann tippt aus seiner elektronische Brille. Veranstaltung, Bildung, Inklusion, Digitalisierung. Im Parlament, Menschen reden und diskutieren. Michael Fembeck, Zero-Project-Direktor. Wir freuen uns, dass wir heuer die Auftragsveranstaltung zur Zero-Project-Konferenz hier im österreichischen Parlament abhalten dürfen. Das Thema ist Digitalisierung, Bildung, Inklusion und der Schirmherrschaft des österreichischen Parlamentspräsidenten. Wenn wir ein offenes Parlament sein wollen und die Barrierefreiheit anstreben, dann müssen wir auch alles darum tun. Es ist für uns eine ganz große Chance. So Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka. Im Plenum Martin Essl, Zero-Project-Initiator. Ich mache es mit einer ganz großen Freude und Dankbarkeit, dass wir ausgewählte fünf Innovationen Ihnen vorstellen wollen. Die alle fit sind und bereit sind, nach Österreich gebracht zu werden. Präsentationsvideos der fünf Projekte. OrCam, Texterkennung für blinde und sehbehinderte Menschen. Livox, App für unterstützte Kommunikation. Sonokids, barrierefreie Bildungsspiele. Speechgear, intelligente Simultanuntertitelung. Und das Institut für inklusive Bildung. Samuel Wunsch, er ist inklusive Bildungsfachkraft. Das, was ich weiß und das, was ich kann, das weiß nur ich und das kann nur ich, weil ich einzigartig bin. ÖVP-Abgeordneter Rudolf Taschner. Eine beeindruckende Veranstaltung, die zeigt, wie es möglich ist, dass behinderte Menschen Teilhabe an der Gesellschaft, vor allem an der Bildung, haben können. Einer der wichtigsten Sätze war, dass nicht jede Technologie automatisch barrierefrei ist. Das heißt, wir müssen gerade bei diesen Veränderungen darauf achten, das wirklich für jeden zugänglich machen. Zu ÖVP-Abgeordneter Nico Machetti. Abgeordnete Sibylle Hamann, die Grünen. Die Schule, wie ich sie mir wünsche, ist eine, wo jeder Mensch in seiner, ihrer Eigenart genommen wird, wie er oder sie ist. ÖVP-Abgeordnete Gudrun Kugler. Heute haben wir auf dieser Veranstaltung ganz viele Ideen gehört, was der technische Fortschritt in diesem Bereich tun kann. Und ich glaube, dass, wenn wir die alle umsetzen können in Österreich, wir einen großen Schritt zur inklusiven Schule schaffen. Sonios-Abgeordnete Fiona Fiedler. Franz-Josef Weinig, Autor, Aktivist und Querdenker. Bildung finde ich wichtig, weil es der Schlüssel ist zur Inklusion einer gemeinsamen Gesellschaft. Kira Grünberg, ÖVP-Abgeordnete. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass beide Seiten einfach aufeinander zugehen und auch wissen, dass sie vieles von den anderen lernen können. Menschen applaudieren und tauschen sich lächelnd aus. Der Schriftzug Bildung, Inklusion, Digitalisierung erscheint. Darunter die Logos Zero Project, Republik Österreich Parlament und SIM-Bildungsstiftung.